Nein, nein, wirklich nicht. Überhaupt nicht. Ehrlich. Ganz im Gegenteil. Schade. Ich dachte, du würdest mich zum Essen anladen. Ach so. Du hast Hunger. Nein, aber ich dachte... Also, was gibt's? Ich will mit dir vögeln wie die Eichkatzen. Verstehst du? Ja, aber ich will's heute nicht poetisch. Oder? Hast du die Tür wieder aufgelassen? Hast du immer... Ich liebe dich wirklich. Ich will mit dir schlafen. Ich will nicht. 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 Aus! Weg! Verschwinde! Verschwinde!